Sie hören Bettina Seidel, die Dorflehrerin, Band 2, zwischen Stille und Sturm, gelesen von Eva Becker, erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbauvorlage. Die Buchvorlage ist bei DTV erschienen. Zwischenzeugnisse gibt es auch in Frankreich. Im Rechnen hast du dich sehr verbessert, Josef. Antonie Weber, die Dorflehrerin von Tanao, händigte dem Zwölfjährigen sein Zeugnisheft aus. Nur das Lesen üben wir im nächsten Halbjahr noch tüchtig. Versprochen, Fräuleinlehrerin, aber die gute Note im Rechnen wird die Mama freuen. Das glaube ich auch. Mir hat sie schon eine große Freude bereitet. Antonie konnte nicht anders. Sie streckte ihre Hand aus und streichelte dem Buben über den Kopf. Sichtlich zufrieden ging er auf seinen Platz zurück. Die schwarze Armbinde und das, was sie bedeutete, waren für den Augenblick vergessen. Sein Vater war gefallen. War es kurz vor Weihnachten gewesen? überlegte Antonie. Einige der Kinder trugen die schwarze Binde um ihre dünnen Ärmchen. Es waren zu viele, als dass sich Antonie alle Todestage hätte merken können. In ihrem Pult lag eine Liste, in der sie die gefallenen Väter notierte. Ihr erschien es wichtig zu wissen, in welchen Familien die Väter fehlten. Für immer fehlten, berichtigte sie sich. Denn es gab kaum ein Haus oder einen Hof in dem Bergdorf, in dem der Vater, der ältere Bruder, der Onkel oder sogar der Großvater nicht an einer der vielen Fronten in diesem Famaledeitenkrieg gefallen war. In vielen anderen Familien fehlten die Männer, weil sie eingezogen waren. Und die Sorge um sie prägte das Leben in Tanau. Seit vier langen Jahren herrschte der Krieg über Europa und Antonie wusste längst nicht mehr, woher sie Kraft und Hoffnung schöpfen sollte. Da wurde die Freude von Josef über seine gute Note zu ihrer eigenen. Darum hatte sich Antonie vorgenommen, die Vergabe der Zwischenzeugnisse mit Lob und Zuspruch anzureichern. So gab sie jedem Kind zusätzlich zum Zeugnisheft auch lobende Worte mit auf den Weg, in der Hoffnung, denen zu Hause ebenfalls einen kleinen Lichtblick in diesen dunklen Zeiten zu bescheren. Bei dir ist es genau umgekehrt, Anna. Du liest so gut, dass ich dir eine Eins mit Sternchen gegeben habe. Auf dem Gesicht des neunjährigen Mädchens, das zuvor angestrengt auf das Zeugnisheft in Antonies Hand gestarrt hatte, erschien ein breites Lächeln. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du der Großmutter jeden Tag fleißig aus dem Lesebuch vorgelesen hast. Die Oma ist doch fast blind, erklärte Anna. Antonie lächelte. Das wusste sie. Und genau deswegen hatte sie Annas Mutter auch vorgeschlagen, dass Anna mit dem Vorlesen für die Großmutter eine zusätzliche Übung bekäme. Offensichtlich war der Plan aufgegangen. Nur beim Rechnen, gerade beim Malnehmen, könntest du ein wenig mehr üben. Das mit dem Rechnen ist schwierig, meinte Anna. Mama kann nicht richtig rechnen. Die ist mir keine große Hilfe. Das Mädchen brachte das mit solch einem altklugen Tonfall vor, dass Antonie beinahe laut gelacht hätte. Stattdessen schaute sie Anna aufmerksam an. Nur der Papa kann bei uns rechnen, doch der ist in Frankreich und schießt die Franzmänner tot. Das fand Antonie nun gar nicht mehr zum Lachen. Die französischen Soldaten haben auch Familien und ihre Söhne und Töchter bekommen heute auch Zwischenzeugnisse. Genau wie du. Da wollen wir lieber daran denken, dass alle Väter wieder gesund nach Hause kommen. In Frankreich genauso wie bei uns. Anna schien darüber nachzudenken. Richtig übel konnte Antonie den Kindern derlei Reden nicht nehmen. Sie plapperten das nach, was zu Hause und im Dorf geredet wurde. Es ist richtig blöd, dass Papa nicht da ist, um mit mir rechnen zu üben, beendete Anna ihre Überlegungen. Aber darum hat er mir schon Rechenaufgaben mit seiner Feldpost geschickt. Was waren das für Aufgaben? fragte Antonie und war gerührt, wie die Familien versuchten, trotz allem so etwas wie Normalität zu schaffen. Anna brachte sich in Position. faltete die Hände vor dem Bauch. Eine Geste, die sie sich wohl von Antonie abgeschaut hatte, wie diese amüsiert bemerkte. Und deklamierte mit getragenem Ton. Ein Bauer hat drei Schweine. Aus jedem Schwein bekommt er vier Schnitzel. Wie viele Schnitzel kann die Bauersfamilie am Sonntag essen? Was ist ein Bauer, w Journalistel? Ja. Wie viele Schnitzel? Vielen Dank.